... ... Ich habe mich verliebt in ein Mädchen! Ein Mädchen! Ein Mädchen! Ein Mädchen! Aber ich glaube sie mag mich nicht! Mh... Sie ist ein Foto von ihr! Sie ist wunderschön nicht wahr? Und sie geht auch auf unserer Schule. Sie hat mich sogar einmal eingeschaut. Ungefähr so. Es war der beste Tag meines Lebens. Also, naja, der zweitbeste Tag meines Lebens. Nach dem Tag, als ich meine Playstation 3 bekam. Eine Playstation 3. Wow. Und ich habe sie gestern sogar angesprochen. Hey Mandy, ich glaube ich mag dich. Aber sie war schon weg. Und der Busfahrer meinte, aussteigen. Das ist die Endstation, verdammte Scheiße. Und nimm deinen verdammten Bär mit. Das ist ein Hund. Da neben den Hund. Das ist ein Bär. Da neben den Bär. Das ist eine Tüte. Und das ist ein Buch. Und das... Rausch hier. Ich werde mich nie wieder trauen, mit ihr zu sprechen. Ich bin so ein Idiot. Jetzt streif dich zusammen. Ich muss mich beruhigen. Aber ich liebe sie. Sie ist meine absolute Traumbrau. Was? Nein, sie zählt nicht. Außerdem ist Madonna schon zu alt für mich. Ich muss irgendwas machen, damit sie sich auch in mich verliebt. Aber was? Mir fällt nichts ein. Außer... Oh, Mandy. Ich möchte ein Nacktbild von dir. Auf mein Handy. Du bist so ein Loser. Wer bist du? Ich bin nur die Stimme eines unsichtbaren Geistes. Hm, komisch. Warum kann ich dich dann sehen? Oh. Ich bin nur die Stimme eines unsichtbaren Geistes. Okay. Und ja, du hast recht. Ich bin wirklich ein Loser. Ich weiß, was du machen sollst, um sie zu bekommen. Was? Du musst etwas machen. Naja, du musst sie irgendwie beeindrücken. Ich muss sie einfach beeindrücken? Nein, du Blödmann. Etwas Außergewöhnliches machen, was ihr Herz erobern würde. Aber ich will nicht ihr Herz. Ich will ihre... Naja, du weißt schon. Ihre Zunge? Nein, ich will ihre... Ihre. Ihre Vierfinger? Nein, ihre... Ähm, ihre Unterkote? Nein, sie sind... Aber ohne ihr Herz zu erobern, bekommst du auch keine... Die sind verbunden wie eine Blume und der Mohn. Ähm, okay, okay. Ein schlechtes Beispiel. Sind verbunden wie ein Schloss und ein Schlösel dazu. Ah, okay. Hm, was kann ich denn machen? Ich weiß. Ich werde sie zeichnen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schlechter geht's jetzt echt nicht, oder? Was? Was, was, was? Du bist hier nicht bei Uncle Benz mit deinem Kinderscheiß. Uncle Benz? Du meinst Walt Disney, oder? Wie auch immer. Du willst eine Frau erobern. Deswegen musst du dich auch wie ein Mann benehmen. Und du? Hey, Mandy! Du bist voll krass, Mann! Doch nicht so! Aber das war doch voll romantisch! Nein, ich meine, wenn du wirklich Gefühle für sie empfindest, dann musst du sie einfach anrufen und es ihr sagen. Aber ich trau mich nicht! Du musst deine Angst besiegen, wie ich meine Angst vor Menschen besiegt habe. Und dann wird sich ihr Herz für dich öffnen. Okay, ich werde versuchen. Hallo! Hey, Mandy! Wer spricht da? Komm schon, sag etwas Romantisches! Äh, ich, 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 ich... Ja? Du solltest mir noch zwei Euro, du Schlampe! Ich habe ja noch was feins gemacht, oder? Okay, deiner sag uns, Lena. Immer los ey, nuestro ey wirkiss! Gum- 69 Ja? Däher Ohny Es き